In Haus 6 und 7 an der Richrather Straße entstehen insgesamt 44 attraktive Mietwohnungen mit zwei oder drei Zimmern und Wohnflächen zwischen ca. 66 und ca. 95 Quadratmetern. Die ersten der Neubauwohnungen sind ab dem 1. August diesen Jahres bezugsfertig. Sonntags zwischen 11 und 13 Uhr können die Mietwohnungen besichtigt werden. Treffpunkt ist in der Musterwohnung an der Langforter Straße 7b. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020